Hi, herzlich willkommen zu meinem Lesemonat vom Monat November. Ich habe einige Bücher gelesen und deswegen fange ich auch gleich mit diesem Video an. Ich habe als erstes gelesen Strom von Tobias Schlegel und dieses Buch hat mir gar nicht gefallen und das, obwohl es Richtung Gesundheitswesen geht und ich solche Bücher eigentlich sehr, sehr liebe. Hier geht es um Nora und sie ist wie vom Blitz getroffen, als sie erfährt, dass sie schwanger ist, denn eigentlich passt das so gar nicht in ihrem Lebensplan. Und nun beschließt sie, eine neue Arbeitsstelle anzunehmen und das macht sie in der Demenzstation. Dort lernt sie Didi kennen und auch Frank. Didi ist sozusagen das Mädchen für alles und ist immer für jeden da und Frank stürzt sich immer in die Arbeit und ist bei jedem Notfall komischerweise plötzlich zur Stelle und immer schafft er es, die Patienten zu retten oder eben nicht zu retten. Und Nora kommt dieses ganze Geschehen sehr merkwürdig vor und bald erfahren Fiona, Nora und Didi dann, warum dies so ist und was er eigentlich im Schilde führt. Der Klappentext klingt gut, aber das ganze Buch war einfach nur konfus und verwirrend. Es passierte alles viel zu schnell, der Leser konnte nicht mal klar denken und schon war wieder das nächste passiert und mir hat dieses Buch deswegen auch gar nicht gefallen. Auch der Schreibstil von dem Autoren hat mir gar nicht zugesagt. Ich würde nicht nochmal ein Buch von ihm lesen. So viel sei schon mal gesagt. Also gestartet ist dieses Buch noch ziemlich spannend, aber es liest dann wirklich immer nach. Der Klinikalltag, das Reanimationsding, alles war irgendwann nur noch gleich und das hat mich richtig gestört. Ja, ich verstehe ja nicht, was in diesem letzten Drittel auch dieses Buches passiert ist, weil da wollte ich das Buch wirklich nur noch zuklappen und weglegen und nie wieder anfassen. Das nächste Buch war dann zum Glück aber ein Highlight und zwar ein Highlight von diesem Jahr. Ich werde auf jeden Fall noch so ein Highlight-Video dann drehen. Und zwar ist es Stay Away from Gretchen, eine unmögliche Liebe von Susanne Abel. Und ich glaube, viele kennen dieses Buch. Es war ja in der Bestsellerliste oder ist es sogar immer noch. Es gibt davon auch noch einen zweiten Band. Dieses Buch hat wirklich so viele Gefühle in mir hervorgerufen. Hier geht es um Dom. Er ist ein Nachrichtensprecher, ein ziemlich bekannter sogar und seine Mutter leidet an Demenz, aber das merkt er erst schleichend, weil er sie wirklich nicht so lange sieht und das wirklich dann erst merkt, als er mal bei ihr in der Wohnung ist und dort überall so kleine Zettelchen hängen. Nun stellt er fest, dass er sich wohl mit seiner Mutter noch ein bisschen mehr beschäftigen sollte, als er es bis dato tat. Beim Aufräumen fällt ihm dann plötzlich ein Bild in die Hand und zwar zeigt dieses Bild seine junge Mutter mit einer unbekannten kleinen Gestalt an der Hand. Als er seine Mutter allerdings nach diesem Mädchen an ihrer Hand fragt, schweigt diese und sagt nur, sie könne sich an nichts mehr erinnern, was zu dieser Zeit war. Dabei erzählte sie doch sonst gerade jetzt vieles aus ihrer Vergangenheit, wie es damals war, als Kriegsflüchtling unterwegs zu sein und so. Also beschließt er selbst der Wahrheit auf den Grund zu gehen und selbst herauszufinden, wer dieses Mädchen ist. Boah, das war so spannend. Also ich habe dieses Buch kaum aus der Hand legen können. Mir hat der Schreibstil gefallen. Was ich nicht mochte, war Tom. Also der war mir richtig unsympathisch. Wenn jeder Nachrichten-Moderator oder Prominenter so unsympathisch ist wie dieser Kerl, dann möchte ich bitte niemals einen besser kennenlernen. Ja, der als Charakter war wirklich nicht so meins. Aber die Geschichte rund um Gretchens Vergangenheit, die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Die war so ergreifend und man konnte wirklich mal so mitfühlern, was denn da alles geschehen ist damals nach dem Krieg, als man flüchten musste, als man komplett neu anfangen musste zu leben sozusagen. Es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Vor allem, weil das wirklich ein Thema ist, was ich normalerweise nicht gerne lese, weil dieses Kriegsthema ist nicht ein Thema, was man gerne mag. Aber hier war es echt extrem spannend. Es ist wirklich so ein Thema, was die Menschen vielleicht auch quasi fast vergessen haben und jetzt hier wieder rausgeholt wird. Und das ist ja wirklich ein Thema, was uns immer noch beschäftigen sollte. Und das hat die Autorin richtig gut gemacht. Auch ihr Schreibstil ist sehr gut und das Buch lässt sich sehr, sehr flüssig lesen. Weiter ging es dann mit Das Netzwerk des Blutes von Edward Spencer Smith. Und ich fand das wieder sehr gut. Ich habe das super schnell beendet, weil es einfach richtig toll geschrieben war. Wobei ich sagen muss, dass mir der erste Band ein kleines bisschen besser gefallen hat. Hier geht es um die Privatdetektive Walker White und Ferguson und sie übernehmen einen neuen Fall. Denn eine junge Frau meldet, dass ihr Mann nicht mehr zurückgekommen ist von seiner alltäglichen Joggingrunde und das sehe ihm so gar nicht ähnlich. Es stellt sich heraus, dass Jakob der Sohn eines Milliardärs ist und es geht auch eine sehr interessante Meldung ein, nämlich eine Lösegeldforderung. Und nun gilt es herauszufinden, wo dieser Mann wirklich steckt. Und außerdem ist noch Abigail auf einen ganz persönlichen Rachefeldzug. Und das machte dieses Buch nochmal spannender. Die Geschichte ist richtig gut erzählt. Sie wird auch sehr flüssig beschrieben. Man sollte allerdings den ersten Band vielleicht auch kennen, bevor man den zweiten liest, weil es halt doch ein bisschen um dieses ganze Privatleben geht. Um den Rachefeldzug von Abigail vorallem. Hier lernt man die drei Privatdetektive noch ein bisschen besser kennen und ich liebe sie von Band zu Band mehr. Es gibt davon nämlich jetzt bereits schon Band drei. Das muss ich auch unbedingt lesen. Und es hat mir richtig gut gefallen einfach. Es war so ein Buch, das kein Thriller war und irgendwie so ein bisschen creamy, aber nicht so ein blutrünstiger Krimi, wie ich es sonst lese. Und deswegen war es für mich sozusagen ein kleines bisschen Erholung tatsächlich, dieses Buch zu lesen. Und ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Ich kann es auch definitiv empfehlen. Als nächstes habe ich One of Six gelesen von Kimi Naoka. Und warum schreibt diese Autorin genau so ein Ende? Oh mein Gott, es dauert noch so lange, bis Band zwei draußen ist. Ich muss mir jetzt den ganzen Zeit den Kopf zerbrechen, was jetzt weiter hier passieren könnte. Sechs Leute werden eingeladen zu einem Auswahlverfahren für einen Sozial-Media-Assistenten in einem Skiresort, das ein bisschen weit ab von der Zivilisation steht. Noch wird das Ganze umgebaut, aber sie sollen sich schon mal hier einfinden, um das Hotel ein bisschen besser kennenzulernen und eben auch die Umgebung ein bisschen besser kennenzulernen, damit man dann weiß, wie man einstellt, wird das natürlich auch so ein ganzes Verfahren. Doch schon bald wird es ganz merkwürdig, denn sie nächtigen in einem bisschen abgelegenen Ort, wo erst später die Seilbahn dann hinauffahren wird. Und dort sind sie wirklich abgeschieden von der ganzen Welt. Dann wird ein Schneesturben sie fast von der Zivilisation auslocken und dann treibt auch noch jemand hier sein Umwesen, der hier definitiv nicht hingehört. Dieses Buch hat mich völlig vorm Hocker gerissen. Es war die perfekte Mischung zwischen Humor, Spice, aber auch Abenteuer, denn das war wirklich Abenteuer pur. Spannend bis zum Schluss und besonders zum Schluss, Ränge sind ineinander gelaufen und das ist wirklich ein Bildstörner, der so mit diesen ganzen Leuten ein bisschen spielt. Es gibt nämlich so einen Puppenspieler, der sich da natürlich ein bisschen einbringen möchte und einfach möchte die Angst einfach von diesen sechs Teilnehmern auch erfahren. Und genau diese Angst, die kommt einfach auch zu dem Leser. Ich habe selten so ein gutes Buch in dieser New Adult Gene gelesen, was mir wirklich so gut gefallen hat. Es ist auch wirklich perfekt für den Winter, dieses Buch, weil es einfach so Schnee, einsam, abgelegene Hütte und ich freue mich schon sehr auf den zweiten Band. Kim Nina Oka kenne ich bereits und deswegen hat mir auch der Schreibstil sehr, sehr gut gefallen. Dass er allerdings so spannend schreibt, hätte ich mir nicht erahnen können und es war mitunter auch ein Highlight, genauso wie Stay Away from Gretchen. Und dann habe ich noch gelesen, den neuen Sebastian Fitzsack, nämlich die Einladung. Ich habe hier das coole Briefkästchen in schwarz, ist es nämlich die Limited Edition gewesen. Hier geht es um Marla und sie wird eingeladen für ein Klassentreffen. Anfangs freut sie sich, aber als sie dann zu dieser abgeschlossenen Hütte kommt und niemanden vorfindet und außerdem auch nur ganz wenige Personen mit auf diesem Klassentreffen sind, freut sie sich nicht mehr. Außerdem ist dann auch noch ein Schneesturm angesagt und sie weiß jetzt nicht, wie sie jetzt je wieder von diesem Berg runterkommt. Was sie aber weiß ist, dass es sehr schwer wird, hier oben zu überleben und sie irgendwie wieder diesen Berg hinunterkommen muss. Sebastian Fitzsack kennt man vielleicht, wenn man mehr liest, wenn man besonders Thriller gerne liest. Und es war wieder so ein typischer Sebastian Fitzsack, wo man sich anfangs dachte, ja klar, das ist ja ganz easy rauszufinden, wer denn hier der Täter ist und dann ganz zum Schluss wieder so BOOM! Alles anders, alles spannender, alles verwirrender. Es ist wirklich so ein Verwirrspiel, was Fitzsack mit seinen Lesern treibt und das hat er hier in diesem Buch definitiv viel besser geschafft, als in seinem letzten Mimic. Das Buch hat mir von vorne bis hinten sehr, sehr gut gefallen. Anfangs dachte ich mich ein bisschen schwer, noch reinzukommen in diese Geschichte, weil die Spannung natürlich bei Fitzsack immer ein kleines bisschen braucht, bis sie so ganz auf dem Höhepunkt ist. Aber als sie dann auf dem Höhepunkt war, konnte ich dieses Buch kaum aus der Hand legen und ich war einfach nur schockiert darüber, wie es schon wieder geändert hat. Hier kann man eigentlich zu diesem Buch nicht viel sagen, ohne zu viel zu spoilern, aber es ist einfach so perfekt zu lesen, wenn man gerade so drin sitzt, es draußen schneit, weil es hier eben auch schneit in diesem Buch und das Setting ist wieder super gelungen. Wie man Fitzsacks Schreibstil auch so kennt, er schreibt nicht zu lange Sätze, er nicht zu viele Dialoge und genau das ist es eigentlich auch, was es spannend macht. Genauso wie die Kapitel, die nicht zu lang sind, denn ich finde immer, wenn lange Kapitel sind, dann ist dieses Buch einfach nicht mehr so spannend, wie es sein sollte. Das fand ich in diesem Buch sehr gut. Mit diesem Ende hätte, glaube ich, keiner gerechnet. Jeder, der den Anfang dieses Buches liest, hat eine ganz andere Vorstellung von dem Ende. Ich hätte das Ende vielleicht ein bisschen anders gewählt, ohne zu viel zu spoilern, weil es mir nicht ganz so gefallen hat. Also ich hätte ein anderes geschrieben, aber ansonsten war dieses Buch von vorne bis hinten sehr, sehr gut. Ja, wie du siehst, es waren viele Highlight-Bücher dabei und ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen mir. Wenn ja, dann kannst du mir gerne eine positive Bewertung da lassen. Du kannst mich gerne kostenlos mit einem Klick abonnieren oder natürlich auch noch hier drüben vorbeigucken und einen Kommentar schreiben. Das freut mich natürlich auch immer sehr.